Ja, wir werden heute eine Klopfrunde machen mit dem Glaubenssatz oder mit der Absicht, 50.000 Euro im Monat zu verdienen. Und vielleicht hast du schon mal vom Money Set Point gehört und so wie dieser Money Set Point bei Ausgaben vorhanden ist, so gibt es den auch beim Einkommen. Das heißt, bei den Ausgaben ist es zum Beispiel deine Bereitschaft, 3 Euro für ein Cappuccino auszugeben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich gebe nicht mehr als 3 Euro für ein Cappuccino aus. Und der muss dann auch wirklich schon richtig gut sein und aus einer Original, also was heißt Original, von so einer italienischen Kaffeemaschine und nicht von so einem Vollautomaten, den es überall in die Bäckereien gibt. Dafür bin ich zum Beispiel nicht bereit, für einen Automatenkaffee 3 Euro auszugeben. Und ich fahre zum Beispiel auch für einen guten Kaffee, also Cappuccino in dem Falle, auch ein paar Meilen mehr, weil mir einfach dieser Nuss wichtig ist. Und das hast du vielleicht auch in deinem Leben und das hast du in sehr vielen Bereichen in deinem Leben, wo du sagst, nee, das gebe ich nicht aus, das ist mir, da stoße ich gerade an meine persönliche Grenze, also nicht an deine persönliche Grenze, sondern an deinem Money Setpoint, an deinem Geldpunkt, sage ich mal. Ja, das ist das, was du bereit bist auszugeben. Vielleicht bist du bereit, 30 Euro für ein Kilo Putenfleisch auszugeben, ja, weil es biologisch hochwertig ist. Fantastisch. Ja, aber du bist vielleicht nicht bereit, 5000 Euro für eine Pauschalreise auszugeben, auf der anderen Seite. Ja, also jeder hat von uns verschiedene Money Setpoints. Mit dieser Klopfrunde wirst du merken, dass du auch bei deinem Einkommen diese Setpoints hast, nämlich das, was du sagst, das ist für mich möglich und das bin ich bereit auch zu verdienen. So, bei den 10.000 Euro und wenn du da schon die EFT-Klopftechnik angewendet hast, dann wirst du diesem Ziel schon wesentlich näher sein, egal wie hoch dieses Ziel für dich ist, denn es ist kein wirkliches hohes Ziel. Nicht mehr, nachdem du das mit der EFT-Klopftechnik bearbeitet hast, dann wird es echt immer kleiner, kleiner und wesentlich machbarer. Und wir möchten jetzt, oder ich möchte jetzt hier mit dir diesen Money Setpoint, den du vielleicht hast, auch was dein Einkommen betrifft im Monat, den einfach zu erweitern und zu erhöhen und den bisherigen im Prinzip zu sprengen, dass du für dich auch dir die Möglichkeit eröffnest, dass du auch in der Lage bist, also wenn du 10.000 Euro verdienen kannst, dann kannst du auch 50.000 Euro verdienen, oder? Ich meine, die Arbeit ist ja im Prinzip dasselbe, oder? Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, nein, Helena, das stimmt überhaupt nicht. Dann müsste ich mehr arbeiten und ich schufte doch schon so viel und ich mache schon so viel und dann würde ich ja noch weniger Zeit haben, bla 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 bla. Du siehst vielleicht oder du merkst vielleicht, dass ähnliche Argumentationen wie auch bei den 10.000 Euro jetzt auftauchen. Das heißt nicht, dass die EFT Klopftechnik hier jetzt versagt hat und diese Glaubenssätze, die jetzt hier auftauchen, diese Blockaden, die auftauchen, dass die jetzt wiederkommen, denn du kannst dich ja selber prüfen. Bei 10.000 Euro hältst du es für möglich, machst du es vielleicht, hast du es vielleicht sogar schon erreicht. Das heißt, hier hast du gar keine Blockaden mehr. Es geht jetzt darum, die nächsten Level zu erreichen. Es geht jetzt darum zu sehen, okay, 50.000 Euro im Monat, das halte ich für total unmöglich, sage ich jetzt mal. Und als du dir die 10.000 Euro vor ein paar Wochen gesetzt hast, hast du gedacht, das ist auch nicht möglich. Es fühlt sich gleich an, ist es aber nicht. Für die 10.000 hast du dir die Tür eröffnet, du bist voll auf dem Weg. Und du merkst jetzt, dass du bei 50.000 Euro im Monat ähnliche Befürchtungen hast, Zweifel hast, Ablehnungen hast, Glaubenssätze, die dir weismachen wollen. Das funktioniert nicht. Und das ist diese EFT Erfolgsspirale. Das heißt, immer wenn du dir ein höheres Ziel setzt, werden immer wieder neue Blockaden auftauchen und du wirst damit sozusagen dich selbst erweitern. Und das, was im Außen für dich dann möglich wird, wird sich auftun und du wirst den Durchbruch nach dieser EFT-Klopfrunde einfach wesentlich näher dran sein oder schon durchbrochen haben. Das ist ja das Fantastische daran. So, jetzt geht es wie folgt los. Wenn du mich kennst, dann weißt du, du brauchst einen Zettel und einen Stift, damit du das notieren kannst, was du jetzt vorhast. Das heißt, du schreibst dir jetzt in die Mitte des Blattes, ich verdiene 50.000 Euro im Monat und schreibst drumherum ganz einfach, spontan, ohne drüber nachzudenken, was dich alles daran hindert. Also alles, was jetzt gerade auftaucht, wenn du diese Entscheidung triffst. Wenn du sagst, ich verdiene 50.000 Euro im Monat, ja, dann wirst du merken, oh nee, da muss ich noch mehr arbeiten, das ist unmöglich, ja, dein Verstand wird dir jetzt ganz akribisch erklären, warum es nicht geht. So, das notierst du jetzt erstmal alles. Und vielleicht weißt du ja auch, dass die EFT-Klopfrunde nicht dafür da ist, deinen Verstand zu beruhigen, sondern wir gehen dann in die Gefühlsebene hinein und dort verändern wir. Wir fühlen, was wir denken. Das ist, wir fühlen, was wir denken. Das ist das wirkliche Geheimnis. Das ist die wirkliche treibende Kraft. Was fühlst du wirklich, wenn du dir erlaubst, 50.000 Euro im Monat zu verdienen? Okay, bevor wir klopfen, kommt der Hinweis und dann gehen wir in die Klopfrunde, okay? So, jetzt geht es los. Du hast dir alle Bedenken aufgeschrieben oder alles das, was jetzt gerade hochkam. Und ich würde dir auch empfehlen, diese Klopfrunde öfter zu machen, bis du wirklich total vom Scheitel bis zur Sohle davon fest überzeugt bist, dass du diese 50.000 Euro auch tatsächlich im Monat verdienen wirst. Und vielleicht auch dann schon die ersten Schritte in Richtung 50.000 Euro gemacht hast und die 50.000 Euro auch die Schritte auf dich gemacht haben. Das ist das Ziel. Also, lass uns beginnen am Augenbrauenpunkt. Ich verdiene 50.000 Euro im Monat. Neben dem Auge. Puh, ich doch nicht. Unter dem Auge. Ich verdiene 50.000 Euro im Monat. Unter der Nase. Das wird nie passieren. Kennpunkt. Ich verdiene 50.000 Euro im Monat. Schlüsselbeinpunkt. So ein Quatsch. Unter dem Arm. Ich verdiene 50.000 Euro im Monat. Handgelenk. Wer es glaubt, wird glücklich. Kopfpunkt. Ich verdiene 50.000 Euro im Monat. Wieder Augenbrauenpunkt. Das wird nie passieren. Neben dem Auge. Ich kann das einfach nicht glauben, egal wie oft ich mir das vorsage. Unter dem Auge. Ich glaube es einfach nicht. Unter der Nase. Jetzt und heute glaube ich es einfach nicht. Das wird für mich nie passieren. Schlüsselbeinpunkt. Ich glaube nicht, dass ich die Fähigkeit dazu habe. Unter dem Arm. Ich glaube, dass ich das nie erreichen werde. Handgelenk. Egal was ich dafür tue, ich werde es nie erreichen und das ist das, was ich glaube. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, 50.000 Euro im Monat zu verdienen. Niemals. Wieder Augenbrauenpunkt. Aber es wäre schön. Neben dem Auge. Ja, schöne sind viele andere Sachen auch. Unter dem Auge. Ich werde das nie erreichen, das glaube ich einfach nicht. Unter der Nase. Wo ich jetzt bin, da gehöre ich hin. Kinnpunkt. Auch finanziell. Schlüsselbeinpunkt. Alles andere ist mir nicht erlaubt. Unter dem Arm. Ich darf gar nicht so viel Geld verdienen. Handgelenk. Und schon gar nicht auf meine Art und Weise. Noch am Handgelenk da. Und die ist vielleicht nicht mit harter Arbeit verbunden. Kopfpunkt. Ich werde nie in meinem Leben 50.000 Euro verdienen. So, und wenn du diese Klopfrunde öfter hintereinander machst, dann wirst du merken, dass da während jeder Klopfrunde immer mehr Argumente dagegen sprechen und dann beginnst du vom Kopf ins Herz zu gehen und merkst, was du wirklich über dich und deine Fähigkeiten spürst. Ja, zum Beispiel hatte ich ja den Satz, dass ich nicht glaube, dass ich die Fähigkeiten dazu habe. Ich glaube nicht, dass es mir erlaubt ist. Ja, also das heißt, darf ich überhaupt so viel Geld verdienen? Dann schwingt auch gleichzeitig noch damit, darf ich das Geld auf meine Art und Weise verdienen? Ja, und die ist vielleicht gar nicht so hart, wie es meine Vorfahren hätten machen müssen. Ja. Es ist wirklich ein Prozess und der ist mit einer Klopfrunde nicht immer geregelt. Ja, es ist auch nicht immer mit einer Klopfrunde geklärt. Aber es lohnt sich, hier wirklich dran zu bleiben. Und wenn du dir hier diese 50.000 Euro zum Ziel setzt, auch wenn du zum Beispiel nur 10 oder 20 im Monat haben möchtest, dann wirst du sehen, dass es viel, viel einfacher wird, diese 10 oder 20.000 Euro im Monat zu erreichen, weil dein Ziel, ja, dein Blick geht ganz weit nach vorne und du nimmst das, was auf dem Weg für dich ist, einfach mit. Okay. So, im nächsten Teil geht es um die Positivrunde. Ich würde dir aber wirklich empfehlen, erstmal hier diese Klopfrunde zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen und alles immer wieder herauszuholen, was du tatsächlich über dich, über diese 50.000 Euro und über die Möglichkeiten, diese 50.000 Euro zu verdienen, denkst und fühlst und mit der EFT-Klopftechnik das sukzessive aus deinem Leben zu schmeißen, ja, und das dann auch so zu transformieren, dass du dann in die positive Klopfrunde gehst, die ich jetzt dir im nächsten Teil vorstelle. Das war's von mir. Achso, Daumen hoch, Kommentar bitte unten hinterlassen, damit ich weiß, wo stehst du. Fragen stellen darfst du natürlich auch, ich antworte dir auch sofort. Was gab's noch? Achso, abonnieren, wenn du's noch nicht getan hast. Würde ich mich jedenfalls freuen. Deine Helena Sommer und wir sehen uns gleich im nächsten Teil. Tschüss! 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 Tschüss!